Kinder auf Entdeckungstour nehmen alles ganz genau unter die Lupe, was sich mit ihnen auf Augenhöhe befindet. Dabei kommen auch die neugierigen Finger zum Einsatz. Gefährlich wird das, wenn die Steckdose das Objekt der Begierde ist. Mit dem Steckdosenschutz von KP Family Basic sichern sie alle Steckdosen zuverlässig ab, damit Kinder nicht mehr mit den Kontakten in Berührung kommen. Das schützt sie vor lebensgefährlichen Stromschlägen. Dank selbstklebenden Befestigungsstreifen wird der Steckdosenschutz einfach ohne Bohren und Schrauben montiert. Um ein Gerät anzuschließen, drehen sie den Stecker mit leichten Druck in die Steckdose. Nach dem Herausziehen verschließt sich die Sicherung automatisch. Besonders sicher und einfach befestigt versperrt der Steckdosenschutz von KP Family Basic neugierigen Kinderhänden den Weg in die Steckdose.